willkommen zu redstone mania mal wieder ja letzte woche war die letzte kurze folge jetzt gibt es ein lange mal weil mir der content ausgegangen ist komischerweise ich hatte zwar was vorbereitet aber das war auf einer abgerauchten festplatte und so weiter und so fort also wo waren wir stehen geblieben oder ich zeige euch einfach mal kurz die fortschritte ihr kennt ja hier das im es lager was wir schon haben sonst hier die ganzen weichen systeme und so weiter und so fort ja gut wer wir stoppen ach ja hier wollten wir darum machen was waren dass sie für module können wir mal kurz hier reingucken redstone block dropper ich habe das gefühl ich habe dich gestört nein hast du nicht ja ich mache auch aber ich mache es eigentlich schmitter an bs ja ich bin im flughafen flughafen auf also hier haben wir es was machen diese beiden zahlen ja professor denken sie sich mal bitte da rein oder ist das making ne da kommt nichts ne da kommt nichts du wirst lachen kommt ja da ist was angekommen so thank you ach ähm das wird arbeitsreich also ähm 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 wait a second ich kann ja mal ich lasse jemanden durch minecraft rauskneiden ich habe der position 6 jetzt muss ich zu einem ticket zu einem gepäck schalter gehen kraft wenn du Bock hast kannst du auch gern ein bisschen mitgucken flughafen und ich pack mal die ganzen sachen hier rein und gucken ob system noch läuft wir haben da was haben wir hier ja wir haben hier mein kurz ach das war das mit den schalker boxen meine fresse oder du kannst einfach über die lobby rein sollen ach meine fritz ist über die schalker boxen ich habe es vergessen weil ich dachte wir hätten noch ein schalker box oder hier hinten drin haben wir nicht ja dankeschön schalker box ich nehme meine gelbe schalker box 6 6 darf ich behalten und dann kommen die beiden da rein ok das system muss überladen überarbeitet werden ja das system hat to be reworked ok jetzt verstehe ich das system wieder komplett neu aufbau komplett neu aufbau bitte das modul ist kacke wenn ich den wenn ich jetzt hier ein minecart gegen den kackenden hopper minecart gegen den kaktus fahren lasse was passiert und möglichkeit a minecart bleibt ganz und kann wiederverwertet werden möglichkeit b minecraft zerstellt in zwei minecraft zerstellt in zwei schelten nine 골�aten ich empfinde ich meine möglichkeit b ist relativ wahrscheinlicher ich finde ich meine möglichkeit b ist relativ wahrscheinlicher oder jo welche möglichkeit ist für dich wahrscheinlicher zerschildt ist in zwei Heiften oder bleibt ganz der Sob um meinen Körd? Where are we? Ah, Cactus! Cactus, und then Sand, and then I have some rails on Me as well, and then Oh, dynamite Oh my god Fuck it Fuck it Fuck it Aber ich meine, das kann man relativ einfach fixen Stimmt's, Crafting? Was? Ne, weil ich hab grad das Problem mit der Möglichkeit B hat sich bestätigt, aber ich hab ne Idee, wie man's fixen könnte Mit den Minecarts Hatten wir doch bei da unten im Weihnachtsmarkt So, dann heißt es jetzt komplett alles eben ausladen Da ist leer Und dann heißt es auch heute wahrscheinlich Bugfixes Okay Ja, bevor ich mir das 49 entitäten geklärt also das heißt ich werde das jetzt auch eben mal kurz für alle sachen einzeln machen kraften konntest du mir gefallen tun ja dann red crafting mit melden wenn wir got an output We actually are able to... Can I power this from here? No. Ah, das Signal geht noch weiter, okay. Ah, wahrscheinlich da ich jetzt die Logik umgedreht hab. Okay, ja, lasst auch.